Ja, liebe Zocker-Lounger, herzlich willkommen zum De-Siedler-Neue-Allianzen-Community-Event mit dem Extrem-Modus für vier Spieler und extrem viel Alkohol. Diese fesselnde, spannende Musik, da ich keine Einladung gekriegt habe von Epofines. Das hört nur Neustart, ja. Beim Neustart-Spieler bestimmt. Bei mir auch! Das läuft genauso gut wie gestern, ne? Es fängt genauso gut wie gestern an. Also, wir sind vier, dann leg ich mal los. Zur Lobby. Ey, bei mir haben wir alle Profilbilder geladen, ich glaub's nicht. Bei mir nicht. So. Toni hat natürlich wieder nicht mehr... Ich war noch in der Freundesliste drin und deswegen bin ich nicht drin. Also, mach mal der Spaß. Ja. Let's try! Versuch Nummer eins! Ich starte jetzt. Ach, da steht sogar, wie viel Chris Hallibahn bekommt oder so, das sehe ich gerade. Ganze 400! Da musst du nur 100 Missionen spielen! Um dir was, um neue Grenzsteine kaufen zu können. Zack! Okay, wir sind schon mal drin. Ich bin schwarz, offensichtlich. Herausforderung! Nur weil ich schwarz bin. Ich bin blau. Ich starte mal. Alles neu. Bug Simulator 2023. Es gibt schon ein paar Kosenamen für dieses Spiel, ja? Nach, äh, an Tag 2. Müsste das Identische sein, ja. Nur, dass die, wir könnten andere Startpositionen haben. Jetzt bin ich schwarz, ja. Nur weil ich schwarz bin. Was? Habe ich jetzt wieder keinen Stein? Ja, du hast jetzt wieder Bergwerk. Hier bin ich noch nie gestartet. Das ist neu. Okay. Die Gesandten wollten, dass ich hier warte. Die Gesandten wollten, dass ich hier warte. Bei mir hängt's. Ja, ich auch. Das war Versuch 2. Geht es nochmal irgendwann weiter? Oh, es läuft wieder! Oder? Äh, ne. Äh, ne. Äh, ne. Äh. 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 Hingen da zwei ineinander? Doch, jetzt läuft's weiter, oder? Äh. Ist kurz? Ja, ne. Kurz das leckt, das leckt. Das ist gar nichts. Okay, Toni hat Probleme. Warte, ich schau mal, ob das überhaupt synchronisiert gerade ist. Wo willst du da schauen? Indem ich, äh, deinen Stream vergleiche mit meinem Stream. Der ist eh niedlich. Das ist synchron. Sogar die Bauarbeiter stehen immer, äh, stehen an der gleichen Stelle bei mir wie da. Irgendwie aus soem, äh, technischen Grund. Hoffentlich sind alle sicher. Ja, dann, ich, ähm, ja. Oh, das ist der Extreme Modus, Ladies and Gentlemen. Das. Damit ich ihn euch auch mal gezeigt habe, ne. Ob das wohl für ein ganzes YouTube Video reichen wird, ist, ja. Ich würde sagen, wir probieren's einfach nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Um auch zu zeigen, dass es reproduzierbar scheiße ist. Lädst du nochmal ein? Ich schau mich. Lad nochmal eins. Ich heiß wieder Ninnrush. Wart mal, lad mich nicht ein. Wer ist das? Wer ist das? Hier steht Soccer Lounge. Hä? Ich starte nochmal neu. Ich würde ja einladen, aber ich kann echt nicht. Aber das hatte ich gestern Abend schon, ne. Mission wird zurückgesetzt in minus 1 Sekunden, ne. Genau, ja. Und das hattest du gestern schon. Ja. Ich möchte einfach nur mal spielen. Mir doch egal, wo ich bin, ey. Ja, ich bin wieder oben rechts. Ich bin oben links. Ich bin auch an der gleichen Position wieder. Extreme Modus. Extrem viel Alkohol, um's zu ertragen. Und der Mike ist raus. Nein. Ich seh. Doch. Ja. Ich hab ne Kohlenmine gesetzt, deswegen bin ich raus. Alter, was schon was passiert ist. Es läuft doch noch. Es läuft doch noch. Ja, ohne Mike. Super. Lass mal laufen. Ja? Mike kann schon mal alles neu starten. Was kommt denn der bei dir oben? Kommt der nur mit einzelnen Einheiten? Oh, und das war's. Oh, das war's. Oh, das war's. Oh nein. Das war's. Ich geh auf. Oh nein. Auf Twitter hat sich Ubisoft entschuldigt erscheint. Wahnsinn. Dann sollen sie was tun. Wo will ich denn jetzt hier unten? Wir sollen ein Auge auf das offizielle Forum legen für weitere Informationen. Oh nein, jetzt hab ich die Hase-Position. Oh nein. Die ist schön. Ich hab die Patrick-Position. Ja, die hätte ich gerne jetzt nochmal gespielt. Naja, okay. Du musst nur die, wie heißt, die suchen lassen, bis du was finden und was in die Schwertkäufe reinrennen. Die Gesandten wollten, dass ich hier... Micromanage. Ja. Das ist genau eins. Ach ja, die greifen sich schon an. Rot greift sich an schon. Okay, nett, schon den. Also, du solltest schon den Turm setzen, langsam. Kein Stein. Kannst du jetzt schon keinen Stein mehr haben auf 41? Wann Scherz. Es sind schon so wenige Maps, ne? Und dann sind die halt auch noch alle so wild. Gibt uns doch wenigstens eine Standard-Map. Nö. Und dann kann man die Map nicht mal auswählen. Dann kann man sich nicht mal Multiplayer aussuchen. Aber scheinbar kann man es doch irgendwie. Genau, ich hab's vorhin im Chef abgelesen. Irgendwie kann man nämlich abwählen, die Maps, die man nicht haben will im Verteiler. Wow. Und dann bleibt halt dementsprechend nur noch diese eine übrig, wenn du alle abwählst. Das ist natürlich so rum total bescheuert, aber... Ich kann dir aber nicht sagen, wie das geht. Keine Ahnung. Und wieder bin ich nur mal Zuschauer in diesem Spiel. Mhm. Hätte vielleicht eine zweite Beta machen sollen. Ich mein, sie hatten ihren technischen Testserver ein Jahr lang. Ja. Und da waren auch ein paar Leute dabei, die ich kenn tatsächlich. Das darf ich natürlich nicht laut sagen. Ähm. Und die haben versucht tatsächlich Einfluss zu nehmen auf Ubisoft. Ja. Und die haben alle irgendwann entnervt aufgegeben. Und haben sich lieber mit einer Wand unterhalten. Alle haben sie aufgegeben. Du baust ja Backen. Du bist doch Elari. Kannst du deine Getreideminen viel bauen? Eine Getreideminen. Mhm. Genau die. Sechs Stück. Die kostet nur ein Stein und zwei Holz. Was? Was ist denn eine Getreidemine jetzt schon wieder? Eine Mine der Getreideminen. Die ist bei Elari übelst billig. Zwei Holz, ein Stein. Alter, sauf weniger. Oder mehr. Warum spielt man ein schlechtes Spiel? Warum spielt man ein Spiel? Weil man es schlecht findet. Wohl man es schlecht findet. Weil wir hier alle die Siedler-Community sind. Rekrutierung abgeschlossen. Und weil wir das eigentlich ausführlich zeigen wollten. Und jetzt wollen wir euch gerade den Hardcore-Modus ausführlich zeigen. Vorausgesetzt das Spiel lässt uns und es stürzt sich gleich. Wieder in einem Desink-Bug oder in einem... Was? Wald-Bug? Ebene-Bug? Hat man schon See-Bug? Wasser-Bug? Wolken-Bug. 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 Wolken-Bug ab. Ja. Also die Sache ist kompliziert. Ah, jetzt weiß ich warum nichts mehr funktioniert. Ja. Ich habe einen Siedler-Mangel. Was? Ist jemand abgestützt? Was? Nein, alles gut Patrick. Nein! Mike! Herzinfarkt. Ich bin raus. Bei mir ist raus. Ich bin raus. Was bist du? Ja, ja. Dasing. Aber immer der Mike, ne? Immer der Mike. Aber okay, jetzt kommt bei uns gar nichts an. Ja. Vielleicht geht es ja jetzt wieder ins Street-Connect. Was? Patrick kommt schon, dass er Rage quitten darf? Nein! Ich will... Ich will dieses Spiel... Leute, ich will dieses Spiel lieb haben! Ich... 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 Ich möchte es mögen! Aber es... Es zeigt mir die ganze Zeit... Alles negativ, denke ich ja. Versteht ihr? Versteht ihr? Ich möchte es mögen. Für jeden Game Crash muss Patrick einen Liter auf der nächsten Lahn spendieren. Nein! Für jeden Game Crash muss Ubisoft einen Liter spendieren auf der nächsten Lahn. Warum ich? Haben wir... Haben wir den, ähm... Den Ubisoft-Code entschlüsselt, ähm, der da heißt, ihr wollt Multiplayer spielen? Also stellt gefälligst auf Random Folk und dann geht's? Naja, wenn Mike jetzt nicht rausgepflogen wäre... Achso, Mike ist ja raus. Achso, Mike ist ja schon raus. Scheiße. Trotz der Mod trotzdem bei 23 Minuten aktuell. Das waren wir vorhin aber auch da, ne? Ohne Mike ging es ja noch... Ein Verbündeter wird angegriffen. Ja, nachdem bei mir der Desink kam, war vorbei. Ah, jetzt wird Mike Sieglung angegriffen. Ist egal. Der hat da ne Fischerhütte hingebaut, mitten ins Nichts? Ey, er hat schon mal gebaut. Ich hab mal ne Eigenheit für sich. Wow, der Patrick hat ne Ank... Ah ne, das ist ja... Was bin ich? Achso. Mensch Patrick, der erste Angriff in dem ganzen Spiel. Der erste Angriff im Multiplayer. Das erste Gebäude zerstört. Bei Versuch Nummer... 50. So ungefähr. So lange haben wir auch noch nie gespielt, oder? Na doch, 35 Minuten war... Oder 37 war Bestzeit. Jetzt sind wir bei 30 Minuten. 10% Verlust hat man halt immer, ne? Ja Mike. Das sind 25% in diesem Fall. Jetzt rippe ich mir noch die Diamanten von hier. Ich rücke aus. Ist nur ein Kratzer. Wir bleiben hier einfach mal stehen. Ich denk' das... Ich denk' das... Ich denk' das war's jetzt wieder. Wieso bist du raus? Nö, bei mir ist Stillstand. Bei dir ist Stillstand? Ja. Ich kämpf' grad. Schnell noch was killen. Ich krieg' bestimmt jetzt n' Desick. Mach du weiter. Solange es bei Patrick läuft es noch, kann man noch weiter spielen erstmal. Nö, ja. Kann man weiter machen. Da kann man mit seiner Community was zeigen. Genau. Im Prinzip ist es im Moment eh eins versus eins. Ja. Ja. Jetzt bist du mal wieder weg hier. Befehl erhalten. Aber krass, wie... wie gut der aufgebaut ist für die wenig ressourcen die er hat, ne? Weiß ich? Nee, ich meine der Brüdergegner von Patrick da. Schau' denn. Oh, du hast dann ja schon gehört. Äh, was hat der gebaut alles? Hat er bei dir keine Türme gehabt? Äh, bei mir stehen zwei Häuser, ein Sägewerk und ein Holzfener. Ich seh's. Der hatte wahrscheinlich... Der hatte die KI wahrscheinlich n' Desick. Wo kann ich helfen? Verzeih dir. Ich kann die Bewegung gut gebrauchen. Oh man. Ihr schafft das. Ja, Robin, wir müssen das jetzt alleine regeln hier, Robin. Ist denn was, ey? Dann hat Robin jetzt ne Steinmine zusätzlich noch. Ich bin verletzt. Wie sieht's denn bei Hase aus im Moment oder bei Robin da? Okay. Also ich steh vor Rot. Das ist gut. Ich steh auch vor Rot die ganze Zeit. Ich weiß, deswegen bin ich ja hierher. Ach, das ist die Vogelscheuche, die da pfeift. Werden wir noch den Extremmodus sehen? Ich bin hierher zu zweit. Wenn, ähm, wenn der Toni Glück hat, kriegt er noch die XP und die Kristalle. Ich bin hier bei euch auch offiziell noch. Das ist ja nicht gelohnt, hä? Genau, du bist ja eigentlich auch noch drin, vielleicht. Ich hab auch noch Loot. Also, halt mal mal fest, der Hardcore-Modus ist sicher nicht Hardcore. Boah. Das ist ja nur dummes PR gequatsch, hä? Also, was wir in dem 2-Modus hatten, war ja nicht schlecht, wo man Wellen dann kamen und die man besiegen musste. Das war ja nicht verkehrt. Ja, aber es war ja nicht schwer, oder? Ja, also. Mein Glück genug, Türme hat es da, was easy peasy, haben die Türme alles weggemacht. Also, da könnte man noch dran arbeiten sagen. Das schöne Spinnung wird jetzt gebaut. Ja. Ein Verbündeter wird angegriffen. Hey. Was? Player wurde besiegt. Wer? Diese Rechte. Der Beschwörer. Der Beschwörer ist besser. Der Beschwörer. Den musst du bauen. Ich hab keine Diamanten. Ach so. Hast du mir noch nicht genudelt? Oh, eigentlich schon. Wenn ich nimm einfach deine Pios und nimm das ganze Gebiet an. Kann? Dann an die Arbeit. Ich glaube, wir... GG. Robin, du chefst das. Nein. Du bist nicht alleine. Robin, du chefst das. Nein. Was mich jetzt interessieren würde, kann... Sag mal, Robin... Sieht Patrick, ob Robin noch was macht, oder kann nur... Er... Ist es bei ihm auch eingefroren? Robin ist auch eingefroren? Ja. Nein. Nein. Wir arbeiten alle zusammen. Oh Mann. Da bin ich jetzt alleine in einer Partie. Fuck. Ja, machen wir nochmal, oder? Dann an die Arbeit. Ja. Ich bin dabei. Toll. Es ging ja jetzt schon länger. Also es ging ja jedes Mal... Robin, wie lange brauchst du es noch, bis du es locker gesetzt hast? Äh, ich könnte es jetzt schon setzen. Setz es! Setz es! Setz es! Dann setz es! Setz es! Es ist gesetzt. Es wird gebaut. So. Bau es! Bau es! Bau es! Bau es! Und dann fängt erstmal die Wellen an von jeder Seite. Ich befürchte, dass es dann halt echt die Vita Waves mäßig geht. Drum geht das Gebäude... Also schieb dein ganzes Militär dahin. Also ich wollte schon schnell die KI... äh, die Unterricht rausklatschen. Ja, ich mach dann einfach schnell Rückzug. Wird schon schief gehen. Warum kann er jetzt weiterspielen? Warum? Weil er Gefreeze bekommen hat. Der ist genauso, warte. Der ist auch... Verbuggt. Die KI ist auch verbuggt. Ist dein Lagerhaus fertig? Ne, wird gebaut. Da baut nur niemand, ne? Ja. Ja, da kommen noch Ressourcen. Ja. Drei... Hammer. Wo kommen die Hammer, frage ich mich. Die Hammer werden mir irgendwie nicht angezeigt. Das ist komisch. Ich glaub ich geh mal aufs Klo derweil. Weil... was ist das? Ja. 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 Also gehen wir mal davon aus, das würde alles funktionieren. Wäre der Extreme-Modus vielleicht auch ein bisschen schwerer, weil dann ähm von den vier KIs vielleicht auch vier KIs irgendwas machen würden und nicht nur eine KI. Ja. Geh mal davon aus, ja. Vielleicht wär's da ein Extreme. Ich glaub's aber nicht, weil jeder in der Lage sein wird, eine KI selber rauszunehmen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass der Vierspieler-Modus immer schwer wird. Vielleicht gibt's einen Zweispieler-Modus irgendwann gegen sechs KIs oder so. Dann vielleicht... Ich mein, die KI in dem Spiel ist ja keine KI. Die läuft ja nur Skripte ab. Und Wegpunkte ab. Sie besteht aus Skripten und läuft Wegpunkte ab. So. Immer noch nicht fertig. Ja! Sieg! Alter, was ist denn da für mich? Warte, warte, warte. Wo ist meine Maus? Gott. Ich muss wieder rein. Keine... Keine Belohnung! Was?! Übergabe von Belohnung gescheitert. Und... Und ich bin noch in-game. Und ich bin noch... Ich... Wow, machen Screenshots! Oh, Mann. Ja, aber im Prinzip, wir haben euch jetzt an den Vierspieler Extreme Mode gezeigt. Wie komme ich jetzt hier raus? Äh, auf verlassen gehen, dass du verlierst. Also, wir machen jetzt das einziges richtig, was man machen kann. Ein 2 versus 2. Nö. Die Partie läuft noch! Was?! Belohnungen werden erst nach Ende der Partie vergeben. Nee, Patrick, krieg mal hin. Um 9 bin ich dann da. Spätestens. Järese. Das geht.